BeatBass We can mix it Am 30.10.2010 ist es soweit BeatBass feiert ihr erstes Event im The Basement Club Ab 21 Uhr legt für euch DJ Happy Hour auf Mit Hands Up Yes here we go Danach für euch am Start DJ Mank mit House Und Elektro Für mehr Infos checke nun E-Bass 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 Wir sind Shop Guy Shop Guy